Die Nachrichten von SRF um 5.30 Uhr mit Lukas Siegfried. Die ärmsten Länder der Welt erhalten mehr finanzielle Unterstützung als bisher. Der Entwicklungsfonds der Weltbank wird aufgestockt um 93 Milliarden Dollar. Das sei so viel wie noch nie, schreibt die Weltbank in einer Mitteilung. Die Mittel sollen eingesetzt werden, um Pandemien, Finanzkrisen und Naturkatastrophen zu bekämpfen. 74 Länder profitieren davon, die meisten liegen in Afrika. Die Gelder setzen sich aus Beiträgen von Ländern mit hoher und mittlerer Wirtschaftsleistung, vom Finanzmarkt sowie aus Eigenmitteln der Weltbank zusammen und werden eigentlich alle drei Jahre in den Fonds gespiesen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Finanzspritze nun um ein Jahr vorgezogen worden. Die Zerstörung sei kaum zu glauben. Dies sagte US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch im Bundesstaat Kentucky, der von Tornados getroffen worden war. In Mayfield, einem besonders betroffenen Ort, sprach Biden mit Einwohnerinnen und Einwohnern und er sicherte ihnen Hilfe zu. Er werde alles tun, was nötig sei und solange es nötig sei, um den Wiederaufbau zu unterstützen, so Biden. Nach der Ölpest vor der Küste des US-Bundesstaats Kalifornien sind die Betreiberfirma der betroffenen Pipeline und zwei ihrer Tochterunternehmen angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft in der Stadt Los Angeles wirft ihnen vor, fahrlässig gehandelt zu haben. Angestellte hätten wiederholt Warnsignale ignoriert. Ausserdem sei die Pipeline unterbesetzt und die Mannschaft übermüdet gewesen. Anfang Oktober wurde die Pipeline im Meer nahe Los Angeles beschädigt. Über 90'000 Liter Öl traten aus. Ermittler gehen davon aus, dass der Anker eines Frachtschiffs den Riss verursacht hatte. Zum Sport-Fussball. In der Super League trennen sich die Berner Young Boys und der FC Basel unentschieden 1 zu 1. Im Vorfeld des Spiels sind Anhänger des FC Basel polizeilich weggewiesen worden. Sie waren nach Bern gereist, obwohl die Gäste Sektoren in Schweizer Stadien derzeit nicht geöffnet werden. Die Kantonspolizei Bern meldet, dass zahlreiche Personen, die dem FC Basel zugeordnet werden konnten, aus der Stadt gewiesen wurden. 15 seien vorübergehend in Polizeigewassern genommen worden. Das Wetter. Im Norden ist es weiterhin meist zäher Hochnebel bei rund 2 Grad, sonst sonnig und bis 8 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Lukas Siegfried. Das waren Nachrichten von Radio SRF.